Was haben Autoreifen und Alufelgen mit Brennholz zu tun? Die Antwort auf diese Frage finden wir in der Autowerkstatt von Walter Wittmann in Wien. Der Geschäftsführer erklärt uns den Zusammenhang. Mein Unternehmen Reifen Wittmann ist einer der größten Reifenhändler Ostösterreichs und einer der größten freien Kfz-Werkstätten in Wien. Da werden sich viele fragen, was haben wir mit Brennholz zu tun? Vor ca. 5 bis 6 Jahren wollte ich für mein Einfamilienhaus Brennholz kaufen. Ich bin dann drauf gekommen, das ist nicht einfach. Ich habe alle Jahre gesucht, immer wieder. Bei den Baumärkten war es oft nicht trocken und bei den Landwirten nicht regelmäßig vom Selben zu bekommen. Also hat Walter Wittmann die Brennholzherstellung selbst in die Hand genommen. Das Ausgangsmaterial bezieht der Unternehmer ausschließlich aus der näheren Umgebung. Vier Kfz-Mechaniker sind während der arbeitsarmen Wintermonate in der Brennholzabteilung beschäftigt. Die Buchenstämme werden mit dem Frontlader auf einen Querförderer gelegt. Von dort gelangen sie in einen der beiden Spaltautomaten. Nach dem Spalten werden in einer Siebtrommel Späne und Rindenanteile abgeschieden. Die fertigen Scheite fallen in einen Sack aus Kunststoffnetz. Den sogenannten Woodbag hat Wittmann selbst entwickelt. Der Woodbag hat vier Netzseiten rundherum und auch eine Netzseite unten. Das heißt, es kommt maximal Luft dazu. Und oben decken wir mit einer zugeschnittenen Siloplane ab, damit wir keinen Starkregen reinbekommen. Dieser Bag hat ein Zehnschlaufen-System, oben acht Schlaufen, unten zwei Schlaufen und ein Füllvolumen von 1,5 Kubikmeter oder Schüttraummeter. Mit den Woodbags wird die Brennholzlogistik zum Kinderspiel. Der Sack hat oben acht Schlaufen, vier davon werden in die Aufnahme des Staplers gehängt. Alle drei klassischen Scheitholzlängen 25, 33 und 50 Zentimeter können eingefüllt werden. Während ein Mitarbeiter das Brennholz zum Lagerplatz fährt, kann der Spaltautomat in der Halle schon weiter arbeiten. Die selbst entwickelte Füllstation ermöglicht die Brennholzproduktion im Non-Stop-Verfahren. Mit den beiden Postspaltautomaten werden so täglich rund 32 Tonnen Brennholz erzeugt. Die einfache Woodbag-Logistik ermöglicht diese Leistung mit nur vier Personen in einer Acht-Stunden-Schicht. Für 2012 hat Wittmann eine Produktion von 4.500 Bags geplant. Sein Brennholz vermarktet er im Umkreis von rund 50 Kilometern an über 1.000 Stammkunden. Auch bei der Lagerung und Trocknung bieten die Woodbags entscheidende Vorteile. Wie Sie selbst im Hintergrund sehen können, sind die Woodbags doppelt stapelbar. Das heißt, Sie können auf relativ kleinem Platz relativ viele Bags unterbringen. Der größte Vorteil im Bag liegt aber darin, dass er innerhalb von sechs Monaten das Brennholz garantiert unter 20 Prozent abtrocknet. Sie können in derselben Saison produzieren und sofort noch vor dem Winter alle Bags abverkaufen. Für eine schnelle Trocknung sollten die Woodbags auf Paletten gestellt werden, damit sie von unten keine Feuchtigkeit anziehen. Zu der Stabilität möchte ich Ihnen noch zeigen, wie stabil der Netzack ist. Ich mache hier absichtlich einen Schnitt hinein und Sie sind nicht in der Lage, mit aller Panneskraft den Bag großartig aufzureißen. Auch die Schlaufen sind sehr stabil ausgeführt. Die 650 Kilogramm Frischholz lassen sich im Extremfall mit nur einer Schlaufe heben. Zudem ist das Material sehr UV-stabil, was eine lange Lebensdauer erwarten lässt. Für den Brennholztransport hat sich Wittmann einen großen Autoanhänger umgerüstet. Der Kreis der Logistik schließt sich mit unserem innovativen Transportsystem. Wir haben einen serienmäßigen Plateauanhänger umgebaut mit einer Seilwinde und können so sieben Raummeter Brennholz zum Kunden zustellen. Beim Kunden muss der Woodbag nicht entleert werden. Er lässt sich mehrfach verwenden und ist am Ende seiner Lebensdauer vollständig recycelbar. Seine Woodbags vermarktet Wittmann mittlerweile in ganz Europa. Die Bags sind so 150 Stück auf einer Palette verpackt. Sie können aber natürlich auch kleinere Mengen bei uns bestellen. Nähere Auskünfte erhalten Sie unter office.at-wittmann.at oder Sie auf der Telefonnummer unserer Homepage. Informieren Sie sich jetzt über den 4-Netz-Woodbag von Reifen Wittmann. Das innovative Logistiksystem für erstklassiges Brennholz. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020